hoch auf den klippen über mir gibt es einen großen kristallpylon ich weiß nicht wer ihn dort aufgestellt hat noch fällt mir ein grund ein warum man ihn an so einen merkwürdigen ort errichten sollte vielleicht könnt ihr ja mehr herausfinden als ich persönlich ist es völlig egal was dieses ding tut also braucht ihr euch nicht mehr bei mir zu melden aber vielleicht interessiert sich einer der gelehrten in marshalswehr ja für eure entdeckungen kristallpylonen von ungo sind allen ein rätsel die wenigen einwohner hier sehen sie als legenden und spekulieren viel über ihren sinn und zweck den piloten untersuchen der piloten scheint irgendwie daten auszusenden nach eingehender untersuchung des piloten findet ihr eine kleine schrifttafel blauen gelben und grünen kristallen die in einer bestimmten folge angeordnet zu sein scheinen ein großer blauer kreis von kristallen wird auf beiden seiten von einem kleineren kreis aus gelben und einem weiteren aus grünen flankiert ihr prägt euch die farben der kristalle sorgfältig ein da ihr wisst dass jemand großes interesse für euer empfund zeigen wird oder über Portugal tooling ab 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Schönen guten Tag! Es war klug von euch, mir von diesen Pylonen zu erzählen, mein Freund. Genau damit beschäftigen sich meine Forschung. Ich wünsche euch einen schönen Tag!